Ich habe keine Ahnung. Ich muss das, was ich tun soll... ...dass ich nicht tun soll. haben können jetzt da aha ja nicht schlecht kann man auch andere charaktere benutzen dann schauen wir mal drei charakter als almanzen nero und 16.000 also folgen auch und gefarmt äh fähigkeiten haben wir keine äh violette kugel was ist das die t anzeige so kaufen wir mal ne ich glaub das ist nicht so der wird trigger plus 1 gibst du wirklich nichts anderes oder äh oder sollen wir noch kaufen wir kaufen noch ein paar müssen sie haben ne so 9000 da was gehts hinten aus ok ok so viel shadow in der nähe einer was ok mission start bindung wieder starten was? wie was? ok ok löser jürich sie die ja die 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 b also das so die Du bist so sicher, aber du bist nicht. Ich bin ein wenigstens zu sehen. Wenn du dich mit dem Weg bist, kannst du nicht gehen. Dann kannst du nicht, was du nicht mit dir gehen? Du wirst! Es ist ein Wunschwesel. Aber du bist nicht ein Wunschwesel. Du bist so... Du bist so, vrw. Du bist so ein Wunschwesel. 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 He he! Hoppla! Ich bin geruggelt Äh Drücke nach dem Herbeirufen von Shadow Y damit er Nacken ausfüßt Ah ok Der Mann kann sich von Nacko unterstützen Schiff Den Schiff Ok Schiff 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 ja 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 Ah Vogel Der wär's ja gemütlicher, ne? HP und Dings sollst du da an ist okay Das ist ein bisschen gewöhnliches Bedürfnis, so dass das Kampfsystem Ehm, müssen wir Gibt es noch was? Hm, nope Okay Da ist nix Edifix Also mit B machen wir mit ein Stöckchen Schaden, ne? So, da geht's nicht lang Okay, springen können wir Mal Da kommen wir wieder runter Wollen wir nicht runter? Jetzt drüben weiter Jetzt weiter, okay Okay Gibt's nix, da gibt's auch nix Ah Da ist hier der nächste Fight Da ist hier der nächste Fight Das ist ein Vogel Das ist ein Vogel Mhm Gibt's Mh 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 Badass, ne. Du was? Gratis? Na. Da ist sauber aus, ne. Ja. Ich finde es super nett, ne. Hoppala, was war denn das jetzt? Da geht es runter, oder? Nein, da geht es nicht runter. Da geht es rüber. Oh yeah. Geh mal weg da. Hm, lecker Punkte. Schön ernten. Gibt es nichts mehr. Leider. Oh je. So. Aha. Oh je. What the fuck. Oh. 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 weiße Kugel ok hier wäre es mehr es 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 ja nice ah da du sind Kugel da ja 10.000 haben wir noch ja wer bist denn du überhaupt ticke ok warum gibt es was gratis bewegungsunfähigkeit kleinzimmer ohne höhere ok ja warte mal ist es da unten noch weiter gegangen da gibt es nichts ok ah da oben siehst du da oben geht es rauf ok immer schön die Augen aufmachen ne ja 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 hol dir eine Kugel das ist keine Kugel ne ne so 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 äh gibt es da irgendwas ne da kommen wir nicht mehr rauf ne ja geht es nicht haben wir da jetzt alles mitgenommen aha aha na ich glaube das war's naja ok gut zu wissen da oben ist der Kugel da oben ist der Kugel da oben ist der Kugel da weiß er ja 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 hoppala das hat mir nicht zu tun ne jetzt geht der Kugel Sekunde da hinten haben wir was da hinten haben wir was schnei 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 das ist ja unten bei uns wo hat er denn Kugel sehr gut wie lange dazu davon 5 Stunden ein Stück schon hm mal lesen was süßes oh je das ist wieder sowas oh je komm zurück wo ist denn da wer wo ist denn da wer war's das glaub schon 3 jo und alles endsamern da haben wir da ein Fragment einer violetten Kugel gut so das ist das Ding ok 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 das muss ich als Kraft haben vorhin ok ok oh so und wenn wir die punkte das läuft ne ich sag ja vorher habe ich nur die die erste mission wieder holt damals und da kriegt man echt fette punkte ne also kann man schon richtig fahren gefällt mir da ist nichts mehr ne okay da ist ne mauer naja schaut nicht so schlecht aus ne graffitis und wandmalerei probieren wir es oh ja die karte Alter, jetzt rechts mal. Hoppala. Warte mal. Okay. Das mit dem Aufladen, das ist ein bisschen tricky, ne? So. Haben wir jetzt seine Punkte. Gibt's nix. Und... Na. Okay. Na. Tja. 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 Ja, dies muss schneller. Ja, lädt sich das jetzt nicht auf? Das ist ein bisschen wackig, kommt mir vor. Ja, ich glaube das wird nichts mehr. Da gibt es doch was schönes für mich. Na. Und der? Ja. 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 Nein, ich würde es haben. Verdammt. Ja. Ja. Okay. Ja. Es zeigt sich aus, ne? 25.000. Hier ist es, ne? Lägt da. Gibt's denn da hinten schon? Stress gibt's da hinten schon. Was ist das? Ja. Was ist das los? Ja. Die Killer. Ja. Ja. Na. Ja. 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 Ja, Lecklash. Sehr sexy. Ja, pack weg dein Buch. So, da gibt es nichts mehr. Da hinten gibt es Telefonzelle. Ja, sehr gut. So, bis da hinten noch was. Impressantes für uns. Ach du Scheiße. Das ist ein Irrferner. Na, du Parasit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war's für heute. So, jetzt geht's Schnitzel, da ist er da. Ach du Scheiße. So, jetzt geht's Schnitzel, da ist er da. So, jetzt geht's Schnitzel. 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 Das war's für heute. Ich muss mein A-S-Raum kaputt A-S-Raum Der Parasite Aber ich hab irgendwas vergessen Ich muss den anderen Weg noch gehen Ich schau mal Was du in das habe? Each Druck hat A-A-A-A-A-A-A Ja, ja, ja Dann sind sie Was ist das? Das ist cool! Du bist nicht so dumm. Das ist normalerweise nicht möglich. Das ist nicht so dumm. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ja, leggeist. Ah, ein A haben wir bekommen. Ja, super A, Punkt, ja. Weiter. Jo, keine Ahnung. Habe ich nicht mitgekriegt, dass der Auto mitgespielt hat bei uns. Ja, das ist doch ein Gericht. Vielleicht ist es ein Gericht, ob wir auch ein Gericht kaufen können? In dieser Stelle auch ... ... die Krippot-Krippot-Krippot-Krippot. Das heißt, das ist doch so. Das ist auch ein Untertitel, was ich. Ich habe mich, die Krippot-Krippot-Krippot-Krippot-Krippot. Da ist die Krippot-Krippot-Krippot-Krippot. Ich denke, das ist immer lustig drauf, aber ich kann es nicht. Da, ich kann mal shoppen. Da, da, da. Ah! Ich bin, 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 ich bin. Ich muss ja ein bisschen aufpimpen, den Typen, ne? Sock. Ja. Ist doch noch Schä da. Ja, der Hedgehog ist auch da, ne? Testieren. Ja, er hat ja gesponsert mit das Spiel, ne? Insbesondere, nice, ne? Aber Fähigkeiten brauchen wir unbedingt, äh, 20.000, pfff, 15.000, äh, Trigger halt. Äh, 20.000 hätten wir dann noch ein Angebot. Unten können wir uns nicht leisten. Ach so, da können wir drauf reiten. Ja. So, haben wir damit 2.000 Punkte. Hilfe. Äh, 50.000, äh, da muss ich glaube ich noch ein bisschen Farmern gehen, ne? Anscheinend. Äh. Gibt's da noch irgendwas, was zum Kaufen? Äh. Ja. Okay. Stock. Stock. Der schaut edel aus. Das muss ich glaube ich farmen gehen. Ja, das gehe ich noch farmen. So, wenn wir die Punkte haben. Objekte. Ausverkauft, ausverkauft. Fünf. Wie viele Leute kugeln, brauchen wir auch noch. Ja. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Tschau. Tschau.